willkommen zurück hier bei ww in shadowlands wir sind gestern hier bei der vernichteten kreuzung angekommen sind eigentlich auch letzte woche erst hier in revendred angekommen ich sehe gerade hier drüben ist eine quest nicht mein job ok wir gehen machen die quest hier auf nach dunkelhafen eskortiert den obersten camera nach dunkelhafen ist entschlossen auf wo müssen wir lang brücke der bußfertigkeit trägt ein animalkanister das sollte eigentlich auf mich gehen ok dunkelhafen die heißen hier auch jeden willkommen keinen sinn für ziemlichkeit oben im schloss gibt es wenigstens eine ordnung wer eintreten darf beenden willkommen in revendred sehr schön die steingeborene sammelt den animalkäfig und erweckt dann sechs gesteingeborene wächter so kann ich das von hier unten aus machen nein kann ich nicht das ist blöd diese musik geil ja ich habe dich erweckt aber habe keine befehle für dich hallo ach ich kann es auf dem reit hier machen das ist aber sehr schön okay hier gibt es einen flugpunkt so dem hier ist ja das hat ein kollege auch schon gesagt da drüben ist auch noch einer ach da sind noch zwei sehr schön alle nur die gleichen sprüchauflage so hier gibt es noch eine quest gesucht der fahle schrecken findet und tötet den fahlen schrecken im entmowerst schriftstück der zehnt befreiung aufgehört 119 gold bringt das ding ok gastwirt zucht meister gravidel der nimmt uns die andere quest dann wahrscheinlich ab ich könnte wenn ihr habt viele dunkle geheimnisse was hast du denn ruf der ernte waffenlosens vorlage sind schneider reittier gucken ja muss man jetzt nicht unbedingt haben was der einsatz eines zaubers gewährt klugheit bis zehnmal stapel war wenn ihr euch bewegt könnt ihr pro stapel von klugheit 0,5 sekunden lang zauber aus der bewegung wirken das ist geil ich will aber noch nicht raus so er bringt euren zehnt sammelt anima im dorf für den zehnt bitte an die ernte überbringt michael's notiz dem obersten kämmer für den meister und hier soll ich jetzt animal sammeln wo sammle ich das achter trüben zum beispiel davon ist noch eine quest da drüben alter was quest was quest wie viel waren das fünf prozent greifst du mich an wenn ich dir das animal wegnimmt 15 zu viel so was hast du für eine quest habt ihr etwas dass ihr gegen durchflutete rubine tauschen könnt haben wir keine verzauberte karte spielt alle kreaturen und objekte in der nähe auf die durchflutete rubine brauchen ok eine merkwürdige einladung trefft euch mit kurier arak aufzug benutzt fahre schrecken getötet ok wenn es das größe nur noch ein paar jahrhunderte und ich verdiene meinen platz im schloss 15 waren das wieder hier gibt es auch noch eine quest der anlass für den verrat sprecht mit der haushaltshilfe im dorf um hinweise auf die identität des verräters zu finden aha so gibt mir bei eurem anblick vermisse ich meinen sterblichen körper bitte was was hast du eben gesagt bei meinem anblick vermisst du deinen sterblichen körper da sehe ich etwa so aus fragt nach verdächtigen aktivitäten ok da vorne ach nach verdächtigen aktivitäten fragen ok alles was er sammelt landet hier drüben auf dem müllhaufen ok durch stöbern verdächtige nachricht gefunden alles klar wir brauchen aber immer noch 20 anima da das ritual der sühne abschließen ja das ritual der sühne abschließen ja was müssen wir jetzt machen ja was müssen wir jetzt machen aha noch mehr ich würde ja gerne mal gucken was passiert wenn ich jetzt dieses wegstoßen mache ich würde ja gerne mal gucken was passiert wenn ich jetzt dieses wegstoßen mache aber ich habe angst dass dann die quest nicht mehr funktioniert weil der wird dann ja wahrscheinlich hier unten landen noch mehr wie viel soll denn denn noch rauskommt ich gucke nicht in die falsche richtung moment jetzt kann ich es ausprobieren ach weiter fällt er nicht saurei saurei ich habe gedacht der fällt weiter runter so hier ist eine 15 wir haben aber auch keinen mehr zum ansprechen irgendwo da da drüben sehe ich noch eine da hinten da da eine fehlt jetzt noch da nicht hier oben vielleicht da nicht da nicht ich gebe erstmal die hier bitteschön und dann war da keiner mehr versammelt die verdächtigen und trefft euch mit lajos in der großen kraft muss ich jetzt wieder an schwitzen da drin ist noch hier sehr schön die ist auch fertig dann müssen wir jetzt den hier holen seht euch an so voll erleben und freiem willen und da drüben da drin ist das hier die kraft den hier muss ich noch holen so und jetzt müssen wir in die kraft da oben da rein oh eine kraft hilfe gibt es hier einen schatz da ja da ja da Alle drei tot. Ach, Leute. Oh, was für ein Schlamassel. Ah, ja. Äh, 132. 132. Nehme mal das Teurere. Zehnte aus Dunkelhafen. Und jetzt ist er abgehauen. Eieieiei. So, äh, wo ist dieser blöde Schatz? Ist der hier? Der muss hier irgendwo sein. Also wäre ich jetzt in manch anderem Spiel, würde ich jetzt hier nach dem Geheimgang suchen. Aber sowas gibt es hier nicht. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon wieder zu hoch. Hm. Hier hinten können wir auch nichts machen. Bei manchen Schätzen frage ich mich echt, äh, wie man da dran kommen soll. Komisch. Egal, wir geben jetzt noch die eine Quest hier ab. Äh, die hier. So, bitteschön. Siehst du mal, wie gut ich bin. Äh, jo. Dann würde ich sagen, morgen machen wir hier weiter. Untertitelung des ZDF, 2020